Die SVK findet keinen Passweg. Und dann ist die Scheibe für den John Lemmers auf Tyler Skrötschen. Der klassische Powerplay-Spielzug des ESVK. Das wird sich aber noch nicht befreien. Wieder McLelland, auch Pfleger. Pacho mit dem Schoß und da ist das Tor, das haben sie gut gespielt. 7,5 Minuten sind noch zu spielen. Jetzt Fliehplatz. Da haben wir Linsenmaier. Und Tor. Und das Dach mit der Rekhand. Trapper Vessis. Trapper Vessis. Und jetzt gibt es die Rekhand für Hammerbauer. Der Ausgleich. 2 zu 2. Tor. Es braucht weiterhin hier bedacht. Den Ausgleich noch in diesem Abschnitt zu erzielen. Matraschet. Und die Direktabnahme. Und diesmal ist er drin. Mittler Tor in Überzahl. Wisch doch über die Scheibe. Toni Ritter. Hunter Garland. Und Tor. Williams greift noch vorbei. Für mich war der haltbar. Jetzt geht es hier durch und nachher Platz für Sucora. 2 auf 0 mit Tristan Teck. Und Sucora vergibt diese Großchance. Wo auch immer die Gegend geknallt ist. Im zweiten Versuch klappt es aber dann. Und dann ist hier der Führungstreffer für die Tigers. In der 21. Spielminute passiert. Sie lassen die Mauheim keinen Platz zum Spielen. Jetzt, äh, leichter Wippers. Aber ähm, eine gute Fahrt vom Land. Stark gespielt. Gut in die Mitte gespielt. Und der Ausgleich. Boah, ganz stark gespielt. Mollerath jetzt. Jetzt Mollerath mit der Rückhand. Und jetzt ist die Scheibe im Netz. Gut herausgespielt, das Powerplay.